Deinen weg, und dann kommt ein kleiner Pit, also... Ja, ich sehe... Nein, 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 nein... Nein, nicht gut. Okay, den Zombie-Pigman möglich anscheinend wieder. Ihr seid lieb, ja, ihr seid lieb. Finde ich okay so. Ähm... Ich sollte einfach mal einen Hof machen und ein bisschen Pfeile herstellen. An diese Diamantviecher komme ich gerade nicht vorbei. Es sei denn, ich mache mir eine schöne Rüstung. Denn der hat mich echt gut verprügelt. Okay, kann ich denn einen Ofen... Der Holz habe ich leider nicht genug, müsste ich wieder zurücklaufen. Bis dahin, aber nicht weiter. Aber hier ist auch nicht wirklich endlos Holz. Irgendwann sind die ganzen Minenschächte doch abgerolzt. Schön. Ist nicht wirklich schieben. Es hält auch nicht ewig. Oh, klar. Holz hängt im Spinnengewebe. So. Ähm... Weiß ich nicht, wie lange ich die schon aufnehme und mache mal Pause. So. So.